So Leute, Realtow wieder aus Iron Man. Let's Play Super Mario Brothers. Und ich hoffe, ich habe ja nicht diesen blöden Emulator Hänger behoben. Es scheint jedenfalls so und so zu funktionieren, wie es funktionieren soll. Wie ich einfach mal schwer hoffe. Hops. Ok, wir haben noch 2 Leben. Also töten wir uns. Und töten wir uns nochmal. Oh, wir sind gestorben. So, mit 5 Leben sollte es besser laufen. Und Hops. Und Hops. Und Hops. 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 Hup. 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 Strobolatus war auch da, aber der ist gerade zu redefaul. Ratchet und Crank halt. Bababam. Gerlich. Hup. Boah. Boah. Kantensprung. Um den Sprung würde mich jeder Mario Fan beneiden. Der war einfach nur sowas von über-imber. So, jetzt wieder ordentlich in Deckung gehen. Batsch. Hops. 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 Hup. 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 Geht doch. Level 1 ist beendet. Hup. 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 Bravo, Motherfucker, Bitch. Okay, wir kommen hier vorbei. Ha! Ausgetrickst. Okay, zugeben, das war eigentlich mehr Glück wie Verstand, aber... Aber es hat funktioniert, also egal. Ja, es hat funktioniert, von daher. Kann ich mich freuen. Ein Hammerbruder weniger. Hups. Och nö, ey, sag mal, wie viele sind denn da noch? Lass mich, lass mich zwei. Zwei, Gott, oh. Hoi. So, die sind da auch los. Hopp, hopp. Koopa, 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 Koopa. Koopa Cabana. Sag mal, wie viele kommen denn von diesen blöden Vierchen auch hier? Batsch, tot. Wie bist du weg? Hopp. Noch drüber. Noch drüber. Noch drüber. Hopps. Also morgen, schau dir mal einen Film an. Okay. Darf ich noch ein bisschen. Ein... Ich glaube, ich muss mir wieder ein LP-Schild basteln. Hallo? Ja, ich sagte aber gerade, ich glaube, ich muss ja wieder ein LP-Schild basteln, wenn ich am jetzt Plänen gerade bin. Bin wie gerade. Wir haben die meisten tausend Fische gegeben. Er. Er. Er war es. Nicht ich, er. Ich schwör's. Es waren ungefähr gleich viele. Okay, damit bin ich einverstanden. Ich hätte jetzt fast schön für den Alex. Üff. Nee, wir haben beide. Er hat seit Oli sind dauerhaft. Ich habe gedacht, oh gut. Er mag halt sauer Sachen. Aber bitte nicht erzählen. Tod. Mist. Wer ist Alex? Ja, ich hör doch zu. Ich meinte aber nur, ich müsste wieder ein LP-Schild anbringen. Hallo? Ja. Bin ich da? Ja, ich weiß. Aber falls mir gerade nichts richtig zugehört. Mnnnn. Hat sie mich. Doch, hat sie mich. Die Zahnbürste lässt mich gerne grüßen. Tu das. Alex, geht's gut? Ja, mir geht's gut. Mir geht's gut. Sehr gut zu hören. Ich hasse dieses Level. Du kennst noch Mario, Mom? Ja. Nein. Schon wieder? Die gleiche Stelle. Zum 5. Mal in Folge. Dieses Spiel ist herrlich. Weißt du das? Ich seh's. Sieh irgendwie zu reich haben. Das haben der Splash-Spiele-Ansicht. Kopfertisch. Tod. Das ist jetzt nicht mein Ernst passiert. Was ist gerade passiert? Ähm. Ähm. Das war jetzt gerade eben doof. Tod? Geh mal auf. Ich bin gelaufen, wollte springen, verfehle die Sprungtaste, renne in Abgrund runter. Das war sehr heldenhaft. Tun sie das. Werden wir tun. Damit ist es amtlich, Leute. Ich muss ein Schild aufstellen. Let's Play-Aufnahme. Please don't disturb. Ja. Ich bin selber schon gestört genug, von daher. Oh mein Gott. Falls ihr eine Frauenstimme in der Grund gehört habt, das war meine Mutter. Meine Mutter muss mich des Öfteren nerven, wenn ich gerade mitten am Edsplay aufnehmen bin. Von daher. Wundert euch nicht. Das tut sie gerne mal. So. Welt 5-2. Wir sind ein kleiner Furzkacker. In der Landschaft. Ja. Boi. Ich dachte, ich hätte alle Mulatolachs behoben. Wieso hab ich es dann wieder so blöde geserkt? Fuck. Das ist wie ein roh, blöder Hammerficker. Fick deine Mutter. Okay, das habt ihr jetzt nicht gehört. Das war jetzt nicht so für Kinderhauen bestimmt. Nein, wir haben ja auch kein Kinderspieler in Lader-Upper. Also Kumbas sind so ein Schall. Die bezeichnest du als Menschen? Also deine Hobbys will ich haben. Ja, Bono ist auch ein Spielerspiel. Hopp. Kommt an. Was für ein Spiel? Ich bin mir zu und dem betrifft noch Counter-Strike harmloser. Ja, Counter-Strike ist total harmlos. Hammer-Bruder. Boah. 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 Ich bin durchgekommen, oder? Pilz. Pilz-Upgrade. So muss das aussehen. So, hier wieder rüber. Da rüber. Oh, nein, 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 nein. Bin wieder klein. Pilz-Upgrade. Thanks. 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 Thanks, Gavin. So, kaputt. Hoch, hoch, rüber. Zack, bumm. Klatsch beendet. So, jetzt nochmal laufen, dass es diesmal funktioniert. So, spring. Nein, das war jetzt sehr doof. Ich gebe zu, ich war nicht gerade wirklich intelligent bei diesem Sprung. Batsch. Hops. So, jetzt bete ich aber mal, dass ich nicht wieder so kolossal oft sterbe wie gerade eben. Es war immer episch an der gleichen Stelle. Und zwar immer dann episch, wenn ich beinahe von einem Bullet Bill getroffen werde. Boah, endlich. Ich bin hier drüben. Bin hier drüben. Diditz, dideditz. Hopp. Boah. Japp. Japp. Hopp. Boah. Und zack, zack, zack. Level. Ende. Boah, mein Gott, ich habe es geschafft. Welt 5-4. Boah, ey, dieses Spiel wird immer kränker. Hopp. Hopp. What the fuck? Wie lang ist diese Feuerlanze gewesen? Die war irgendwie so... lang. Boah, jetzt kommt schon die Bausi-Flamm, oder wie? Hopp. Ducken. Was? Wieso kam da noch eine Flamme? Nee, das war jetzt nicht so. Nö, das war jetzt die blöde Kacken-Ficken-Ficken-Ficken-Ficken-Ficken-Ficken-Ficken-Ficken. Leck mich. Fick mich tot. Hopp. 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 Was? Ich hab... Du... Ich hab dich nicht berührt. Dich habe ich jetzt leider berühren müssen. Super, schönes Level. Ganz schön. So, kippen die Pils, upgrade. NOS! 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 We are dead. NOS! We have to dieit again. We have to dieit. Ja, fick mich in den Popo. Geile Sache. Die Browser könnte mir sowas von knicken. Ich schwöre es euch, ich werde in diesem Level mein Game Over kriegen. Und dann muss ich wieder ganz von vorne anfangen. Und wisst ihr was, darauf habe ich irgendwie keine Lust. Ich glaube, bis die Flamme wieder raufkommt. Oh Gott! Ich traue mich nicht raufzulaufen. Die Musik ändert mich an Super Mario Bloods 3. Was ist das für ein... Ich habe... Ich habe keine Ahnung, was gerade eben passiert ist. Aber ich bin Gottverdammt glücklich. Danke. Was auch immer da gerade eben geschehen ist. Es hat mir das Leben gewartet. Fängt Mario what a princess is in another castle? No, wer hat es gedacht? Welt 6. Aber Leute, ich mache hier mal eben Schnitt. Und versuche herauszufinden, was da jetzt eigentlich die ganze Zeit mit meinem Emulatum abgeht. Rio hat wirklich nichts aus. Bis dann. Ciao. Danke, dass wir bei euch.